Hallo und herzlich willkommen zum Seminar Erdgeschichte für jedermann mit Prof. Dr. Stabbs. Sie kennen ihn vielleicht noch von früheren Werken wie das leise Weinen des Sedimentgesteins. Oder wird zu viel Spielfossil? Heute ist er zu Gast, um sein neues Hörbuch vorzustellen. Den Phanerozoic II. Ja, live vorgetragen von ihm und seinen wissenschaftlichen Mitarbeitern. Warum er? Warum hier? Nun, Prof. Stabbs gehört zu den wenigen Menschen, die die Herkunft und das Alter eines Fossils schon am Geschmack erkennen. Gleichzeitig kann er die Balzrufe eines Brachiosaurus auf der elektrischen Gitarre imitieren. Hören Sie später mal genau hin. Täuschend echt. Prof. Stabbs und sein Team wollten sich der Erdhistorie künstlerisch nähern, wie es so schön heißt. Und durchaus, das ist ihnen gelungen. Ihre Werke ziehen sich gefühlt ähnlich lang wie die Zeit vom ersten Gliederfüßer bis Corona. Hier spürt man sie noch, die Leidenschaft für Dinge, die eigentlich längst ausgestorben sind. Erleben Sie live, wie sich Ewigkeiten anfühlen. Altern Sie mit oder schalten Sie jetzt ab. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.